Wir sind darauf spezialisiert, einfache Werkstücke bis hin zu komplexen Baugruppen mit größter Präzision anhand ihrer CAD-Daten, Zeichnungen oder Skizzen zu fertigen. Dabei produzieren wir, je nach Anforderung, Prototypen oder auch individuelle Einzelteile in kleinen, mittleren und großen Serien, auf Wunsch auch mit Oberflächenbehandlung und Veredelung. Wir verarbeiten sämtliche Stähle, Edelstähle, Buntmetalle und Aluminium. Selbstverständlich bekommen Sie auf Wunsch die entsprechenden Materialzeugnisse dazu geliefert. Unser Maschinenpark umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Metallverarbeitung von der einfachen Stanzmaschine bis hin zur vollautomatisierten, kombinierten Fertigungsanlage mit integrierter Be- und Entladung der Blechtafeln. Abgerundet wird unser Fertigungsspektrum durch Präzisionsabkantmaschinen mit einer Abkantlänge von bis zu 3 Metern pro Werkstück und einer eigenen Pulverbeschichtungsanlage, so dass wir die Fertigung individuell auf Ihre Anforderungen ausrichten können.